Hier ist ja auch nichts. Wozu existieren eigentlich diese Höhlen wenn hier nichts drin ist? Keine Items, keine wichtigen, nur immens große Pilze die man im Grunde gar nicht gebrauchen kann. Hier geht es auch noch rein. Hier ist noch Lava. Alter, da tropft sogar Lava runter. Krasser Scheiß. Das ist schon übel. Das sieht schon übel aus. Ja, ich würde mir aber auch gerne nochmal ein Flugzeug wiederholen, damit ich hier ein bisschen rumfliegen kann. Kann ich einen fliegen lassen? Na, müsste ich aber mal wieder raus. Am Land bin ich ja schon. Was ja nicht schlecht ist. So, jetzt muss ich mir mal ein Flugzeug grabben. Dann kaufen müsste ich mir das auch noch. Einen Kanonenturm kann man sich auch kaufen. Krass. Ja, das kann ich mir auch mal gönnen. Ein U-Boot kann ich mir auch mal gönnen. Kleinflugzeugbeschrauber. Da habe ich ein bisschen Geld verprasst. Ein Skateboard. Eigentlich ein sehr teures Skateboard, wenn man bedenkt. So ein Skateboard ist genauso teuer wie so ein Auto. Und im Laden habe ich noch nie ein Flugzeug, ein Skateboard für 20.000 Euro gesehen oder so. So kostet ja eigentlich ein normales Auto. Irgendwann. Was? Wo ist denn mein... Wo ist mein... Was zum... Ach da hinten. Nein! Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser, Junge. So. Ah, ich will mal weg von der... Ich will mal weg von... Dings. Ah, 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 oh. Oh, oh. Alter, beinahe im Baum kollidiert. Ich will mal weg von der... Vom Rand der Map. Sonst falle ich dann immer wieder runter und das muss nicht sein. Weil die halbe Stunde... Wenens sind die halbe Stunde, die will ich hier noch ein bisschen überleben einfach. Haar und Wasser. Wenn ich plötzlich steigen muss, dann weiß ich warum. Aber mit dem Flugzeug geht das hier viel schneller als mit dem Drachen. Ho! Alter, was war das denn gerade? Ach so, das... Das Bohrfahrzeug... Ja, hier sind erstmal drei Bohrfahrzeuge. Natürlich. Natürlich. Übertreibt's doch mal mit den... Mit den Autos. Ha! Ho! Alter, diese Bäume, Alter. Ich will immer noch... Ich... Ich will hier weiter noch weg. Weil, äh... Aus Gründen. Runter. Runter, 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 runter. Genau. Wie das Wasser sehen. Das Rohzeug sieht schon gar nicht so lustig aus. Ja, sieht lustig aus. Muss ich mal so zugehen. Ha! Bäume! Boah! Wenn man mal in den Chat guckt. So, die nächste Insel, da... Guck ich mal ein bisschen rum. Das ist mit dem Flugzeug erst viel schneller als ein Drachen. Und da meinen die Leute, der Drache ist schon richtig geil. Zum Fliegen. Oder mal ein Flugzeug, Junge. Oder mal ein Flugzeug, Junge. Das ist noch besser. Das wird jetzt schneller. Das wird jetzt schneller. Nur Wasser. Damit drehe ich ihn mal ein bisschen ab. Kann man ja auch mal machen. Irgendwas? Wollte ich sagen, das ist schon wieder in der Randdämme. Aber schon war... Wahrscheinlich bin ich zu tief. Wegen Wasser und so. Das kann natürlich auch sein. Insel. Wo bist du? Die sind keine Inseln in der Nähe. Ich suche mir schon wieder... Oh. Ich habe gar nichts gesagt. Ich, äh... Ha. Ich lande dich mal ein bisschen gerade. Ich meine, so ein Propellerflugzeug kann ja auch wie so ein Hubschrauber sich starten, sich hochfliegen und senken. Wie so ein Hubschrauber. Natürlich. Wie logisch. Boah, was ist denn das mit einem Berg da oben? Der sieht ja nice aus. Da will ich mal hoch. Ah, das ist hier eine Ruine, ne? Du bist ja wieder Kisten. Und Achtung, die man verprügeln kann. Alter. Voll den Affen verprügeln. Was, noch ein Gorilla? Einfach. Ne Spitzhacke. Kann ich hier nicht... Oh, schade, das geht nicht. Ich habe ne Spitzhacke. Mann. Ich habe doch gesagt, die müssen... Die müssen mal mit ne Spitzhacke so ne... Aua. Diese Wände abbauen können. Diese, ähm... So ein Tunneln und so. Dass man sich ja Tunnel bauen kann, wie Minecraft einfach. Das wäre nice. Das wäre mega. Ich mein... Ich glaube nicht, dass das klappt, aber... Ich will es mal ausprobieren. Weil ich hab hier ja, ähm... Ich hab hier... Ich hab hier eine Höhle gesehen. Hier ist eine. Oh, hier ist Wasser. Oh, hier ist nur Wasser. Schade. Aber kann man hier nicht... Oh, das kann man nicht. Oh, Mann. Das ist so schade. Das ist so schade. Hätte man das wie bei Minecraft gemacht? Wäre das schon geil, also... Na gut, man kann hier alles haben, aber... Wäre schon lustig gewesen. Wärten man ja mal machen. Das ist auch noch ne... Ja, ne Wöhle will ich es nicht nennen, oder? Ja doch, ist eine. Die gehe ich hier mal rein. Guck hier mal ein bisschen rum. Und ich will mal ne Keule wieder haben. Stinkt hier! Äh, ne. Was sag ich? Stinkt hier, Alter. Das ist kein Stinkt hier. Das ist ein Eichhörnchen, Junge. Das stinkt hier. Das sitzt vorm Rechner und spielt das. Wes? Äh, Skelette aus Maul. Bam. Schädel eingeschlagen. Wie tief geht es denn hier rein, bitte? Krass. Wohin, wie lang diese Höhle ist. So lang wie mein Penis. Was? Ich hab nichts gesagt gerade. So. Ach der, wie sind... Wie lang diese Höhle ist einfach nur. Yeah. Ein paar Statsen gekriegt. Hier ist noch's weiter. Höh! Alter! Alter, darauf komme ich nicht immer klar. Das ist immer... Wer ist er denn? Ich muss immer alle verprügeln, die ich nicht kenne. Ich, äh... Mach ich privat... Mach ich privat auch immer. Ich verprügel alle, die ich nicht kenne. So. Ja, ich, äh... Und ich muss ja morgen auch wieder früh raus. Vor allem muss ich noch Videos rendern und hochladen. Das kann ich ja nicht machen, wenn ich streame. Gerade hochladen nicht, weil... Was ist das denn hier? Das sieht ja strange aus. Kann ich ja rein? Ne. Ich mein, das hatten wir ja eigentlich auch noch nie. Dass ich da früher beendet hab, als du da ins Bett gegangen bist oder so. Das, äh... Nur, kann man ja auch mal machen. So ein bisschen, ein bisschen kürzer mal einen Stream halten. Ne, das ist... Olli... So dermaßen... Was? Hä? Wie? Hä? Wie geht das denn bitte? Äh... Was? Hä? Wie unlogisch ist das denn bitte? Ich stehe ja auf dem Boden. Eigentlich müsste das Wasser ja hier durch die... Höhle strömen. What the hell? Was zur Hölle? Hä? Wie geht... Wie geht denn das? Hä? Alter. Alles gefixt, eh. Alles gefixt. Gar kein Problem, eh. Wie unlogisch ist das denn? Eigentlich müsste... Eigentlich müsste hier alles unter Wasser stehen. Verstehe ich überhaupt nicht. Boah. Eigentlich müsste das hier alles unter Wasser stehen. Wir müssen hier auch mal wieder einen Ausgang finden hier. Das ist bei Höhlen... Ah, das ist bei Höhlen ja nicht ganz so einfach. Ähm. Das ist ja schon mal nicht. Ach, das hat sie gerade auch von selber verabschiedet, das Handy. Ja, und das haben Handys manchmal so an sich. Die wollen dann einfach nicht. Ach, ich gehe einfach hier raus. Auch wenn es unlogisch ist. Das ist... Das Wasser müsste eigentlich... Normalerweise... Äh... Da reinlaufen, aber... Gibt das noch eine Höhle? Kann ich auch noch mal rein. So. Eigentlich wollte ich ja hier raus und nicht wieder rein. Da ist noch ein gelber Frosch, der hat gegen den... Ein gelber Frosch, weißt du? Der hat gegen den Wind gepinkelt. Deswegen ist er so gelb. Alter, gu... Alter, wie sieht das denn aus? Das ist so eine... Hä, wie sieht das denn aus? Wenn man da so runter guckt, da sind mehrere Etagen so ganz, ganz komisch gemacht. Sieht wohl ganz strange aus. Na, ich und Höhlen. Ich, äh... Ja. Ich meine, die Minecraft-Folgen, die kommen ja noch, wo ich mich an der Höhle verirrt habe, aber... Ich meine, gut, Fallschaden gibt es hier ja nicht, von daher. Beschreckt hatten sie trotzdem erst mal, im ersten Moment. Alter, was ist denn das hier alles? Wie krank ist das denn hier? Von hier ist nichts, keine Truhe. Hier ist nichts. Oh, hier ist noch weiter runter. Ja. Alter, diese Höhle, ne? Die ist ja riesig. Wo wir hier wieder rauskommen, das wird lustig. Das wird richtig lustig. Wollt schon der 22... Ah ja, er wollte das bis halb machen, wollte ich ja. Bis halb wollte ich ja machen. Und ich glaube, bis halb werde ich hier nicht aus der Höhle rausfinden. Außer ich habe Glück. Ich werde aber immer wieder den, den, den Weg in die höheren Ebenen suchen, einfach. Vielleicht klappt es ja denn mit rauskommen, einfach. Oder ich finde eine Wasserstelle, dann kann ich ja auch mal... Dann komme ich hier vielleicht auch raus. Den kann das auch sein. Ich will hier raus! Ich will nicht in Höhlen sein. Vor allem ist es hier dunkel. Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Ich habe hier nichts. Zumindest nicht, was ich so fressen könnte. Was ich auch ungern machen würde, wenn ich streamen. Boah. Da oben gehst du hoch, ne? Geh hoch! Genau! So. Ich bin schon wieder eine Etage höher, das ist schon mal nicht schlecht. Äh, Ausgang, Alter. Wieso sind die Ausgänge hier eigentlich nicht ausgeschildert, ha? Ist doch normal, wenn man sich denn verläuft. Ich muss hier irgendwo hoch. Mein Magen kann sich auch nicht beruhigen, der dreht hier am Rad. Kann ich einfach nicht die Fresse halten. Jetzt bin ich schon mal ein bisschen höher. Ha! Ich bin hier raus! Komme ich hier jetzt raus? Oder? Eher nicht. Ich habe da Licht gesehen. Na, sah nur so aus. Das lädt nur nach. Da geht es runter. Da geht es runter. Schau mal. Verschwinde, Junge. Ich habe gerade andere Probleme. Ich habe gerade andere Probleme, habe ich gesagt. Mann. Hier ist auch nichts. Ich habe ein Problem. Kann ich den Glitsch nicht mal wieder haben, weil, dass ich hier durch die Decke glitsche. Das Spiel hört auf mich, das ist schön. Ach, wie geil war das denn gerade. Ach, schön. Das war ja geil. Da hat das Spiel einfach mal auf mich gehört. Ich habe doch noch ein Skelett gesehen. Hey, wo? Hä? Skeletti! Ich will dich noch mal mit einer Keule streicheln. Mit 180 Kamen ins Gesicht. Guck mal her, Junge. BAM! Ins Gesicht einfach. Kennt ihr Keule streicheln.de? Das könnt ihr gerade machen. Mit eurem Gesicht. BAM! Alter. Weggezimmert. Oh, da ist noch einer. Guck mal her. Weggebrezelt. Ich wollte dich zwar nicht hauen, aber... Wenn er zurückschlägt, dann... Ja. So. Alter, schon wieder Hügel. Sag mal, kannst du mich auch mal ruhen lassen? Ach, schade. Alter, Saftarsch. Das ist nur ein Elefant. Ein Elefant. Das... Das Benjamin Blümchen einfach. Komm, wir sagen Benjamin Blümchen mal. Guten Tag. Hier auf dem Arsch spänken. Alter. Der hält aber doch schon viel aus. Na ja, gut, ist ein Elefant. Aber... Dass der mich nicht angreift. Einfach nur. Der ist auch viel größer als ich. Ich meine, gut, das hat mit der Größe nichts zu tun, aber... Ne. Ach, ja. Wir haben jetzt ein bisschen die Insel noch erkundet. Ich bin froh, dass ich aus der Höhle raus bin. Und das Wasser noch. Das ist auch mal eine Insel. Da sind noch Blümchen. Wie glatt hier alles aussieht. Wer bonert denn hier? Der Boden sieht aus wie gebonert einfach nur. Müssen sehr gute Putzfrauen sein. Die wohnen dann sogar die Landschaft. Ich hab noch ein Säbel, oder? Ja. Pirat. Der Pirat, der drückt gleich bestimmt auf die Enter-Taste. Von meinem PC, weißt du? Der drückt auf die Enter-Taste, der Pirat. Der Witz, ey. Na, Elefant? Schon mal von der Keule verprügelt worden? Ja, geh mal saufen. Das ist auch schön. Der geht eher saufen, als sich von mir verprügeln zu lassen. Das sagt vieles über mich aus. Dass mich keiner leiden kann. Das hat Gott mit einem Buttermesser drüber geschnitten, einfach. Voll die geschnittene Insel, einfach. So. Aber, oh. Ich werde langsam müde, oh. Oh. Ja, weshalb wollte ich ja machen. Eine rauchen werde ich auch noch gleich. Boah. Letz. Wohin geht die Blondine, wenn... Wenn ihr kalt ist. In die Ecke. Da ist immer 90 Grad. Boah. Alter. Alter, erstes Jahr. Nein. So. Wir schalten die mal um. So. Die muss... Die muss ich... Die kann auch erst mal die Fresse halten. So. Ach so, die muss erst mal... Nein, ich setze mich ja sowieso um. Weil ich ja noch eine rauchen will. Boah. So. Da sagt man eben schon wieder. Aber das Handy gibt keine Ruhe heute. Das ist unfassbar. Die haben eine Sprachnachricht gemacht. Ich kann mir das hier anhören. Ja, ich bin sehr alt. Ja, man wird auch langsam müde, weil ich hab... Ich hab mein Biorhythmus ja auch wieder in den Griff gekriegt, dann nachts schlafen. Deswegen will ich auch nicht so spät machen, heute. Und morgen hat auch noch genug zu tun. Da muss ich ausgeschlafen sein, einfach. Boah, so. Iiiiih, Alter. Da hätte ich lieber, wenn die Blondine den PC umarmen würde. Weißt du? Ist ja auch drücken. Aber... Naja. Also wirklich Zeit, der Geld kriegt. Tabak ist man leer. Das ist nicht schön. Hätte ich die... Hätte ich die gute Laune von gestern mal. Weil gestern war... Da hab ich so gute Laune gehabt, einfach nur. Ich kann das ja auch nicht vorher wissen, dass ich da die ganze Sachen falsch gemacht hab. Ich kann ja schon mal nochmal sagen, wann ungefähr der nächste Stream sein wird. Ich könnte... Ich könnte... Ich könnte ja vielleicht mal sagen, nächste Woche Freitag. Weil Freitag ist zum Streamen immer ganz gut. Äh... Muss ich nur mal sehen, was da... Was ich da noch so... Machen kann. Muss ich mal schauen. Dann sag ich ja meistens vorher auch immer Bescheid. Boah. Man sieht echt müde. Bin doch schon seit um neuner wach. Der Witz ist aber auch alt. Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Wachs mal Stift, Alter. Der ist auch schon so alt. Ja, Sonntag wollte ich auch nicht. Weil Sonntag ist immer auch so... Beim nächsten Tag hat man ja meistens immer was zu tun. Wegen Arbeiten oder Schule oder was weiß ich. Kennt man ja. Weil ich mach das nicht ungern in der Woche. Auch wenn die meistens Streams in der Woche sind. Aber... Die sind ja meistens auch mehr spontan. Wenn ich mal Lust hab. Und... Naja. Na, wenn würde ich irgendwie am Wochenende oder Freitag machen. Naja. Und dann kann ich Pokemon Tekken auch wirklich in der Vollversion zocken. Im Livestream. Weil als Display machen würde ich das jetzt ungern. Weil... Ja... Ich weiß nicht wie gut ich da bin. Ich meine... Ähm... Nee, das äh... Muss ja nicht sein. Aber... Ich brauch' ich geh noch nachher schlafen. Gleich ist es... mal gut den part minecraft keine hochladen den einen wird keine machen vorher aber gerendert ist er ja schon glaube ich zumindest kann ich aber gucken ich gucke lieber nicht weil das fenster dass sie dann wieder auf dem anderen bildschirm und dann sieht man das wieder und nie alter text für was welche schule ja die gehörten schulen wir noch gehören auch weg gesprengt ein der war kraft ist ja nicht so was für mich das ist aber ich bin auch gespielt ich gerne mache so ja dann würde mich auch erstmal verabschieden was war ein kurzer stream aber man muss ja auch nicht man muss auch nicht immer übertreiben und ja dann würde ich auch erstmal sagen vielen dank fürs zuschauen und fürs dabei sein auch und dann würde mal sagen er wäre bis zum nächsten video oder ja bis zum nächsten stream je nachdem dann würde ich mal sagen bis denn schlaf nachher schön schlaf nachher schön schlaf nachher